Yo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Bileschock 2. Wir sind hier zuletzt unten stehen geblieben. Ich sehe Pfarrer Wales hat dich von deinem Gefährt getrennt, aber du lebst noch. Gratuliere. Heute triffst du einen Mann, der den Tod nicht fürchtet. Und für Eleanor würde er mit einem Lächeln auf den Lippen ins Feuer gehen. Genau und wie ihr bereits schon sehen könnt, ich gehe hier relativ schnell durch, weil ich das gerade schon zum dritten Mal mache. Also zweimal ist es schon abgestürzt. Und ja, wie gesagt, im letzten Part hatte ich ja gesagt, wie ich das handhaben möchte. Und generell möchte ich euch einmal die Info mitgeben. Ich werde jetzt trotzdem die Parts hochladen, auch wenn sie abgestürzt sind, auch wenn sie durcheinander sind, kaputt sind oder sonst was sind. Einfach aus dem Grund, weil es sonst ein bisschen schade wäre einfach. Also ich nehme mir ja relativ viel Zeit, um das aufzunehmen. Um es dann nicht hochzuladen, fände ich ein bisschen doof. Und ich möchte das Spiel wirklich so darstellen, wie es auch ist. Und wenn es halt ein Buggy-Spiel ist, dann ist es halt so. Da kann ich nicht großartig was dran machen. Und ich werde mich auch darum kümmern, dass auch wirklich alles irgendwie funktioniert. Und wenigstens hochgeladen die Teile, dass sie vernünftig sind. Flups. Den Typen können wir noch nicht killen, deswegen haut er gerade ab. Ups, sorry. Er und sein Bruder waren die Architekten-Raptures. Aber als Doc Lamp ans Ruder kam, hat Simon Gott gefunden. Wir kaufen nur ganz kurz was nebenbei ein. Er hat Kirche unten in der Pumpenstation. Vermutlich bricht der jüngste Tag an, wenn du dorthin kommst. So. Den da hinten noch, okay. Perfekt, genau. Dann kann ich gleich darauf zu sprechen kommen, was ich sagen wollte. Zuallererst werden wir hier vorne gleich noch speichern. Bevor wir gleich das aktivieren, was wir aktivieren müssen. Einfach aus dem Grund, weil es ja schon zweimal hängen geblieben ist. Auch mitten im Kampf und sonst was. Galeroth Garden werden wir gleich nochmal hinkommen. Hier vorne. Werden wir jetzt einmal ganz kurz speichern. Nicht wundern. Was ich einmal sagen möchte. Dieses Spiel stürzt übertrieben oft ab. Ungefähr alle 10 Minuten. Und wenn ich das nicht alle 10 Minuten speichere oder häufig genug speichere, müssen wir immer wieder ab einem neuen Zeitpunkt anfangen. Normalerweise, wenn sowas mal passiert, wenn es technische Defekte oder sonst was gibt, dann kümmere ich mich darum in den Let's Plays, nimm den Part nochmal auf oder sonstiges. Und tue einfach so, als würde das alles neu für mich sein. Hier werden wir das so machen. Ich werde den Part trotz dessen hochladen, Leute. Das heißt, es gibt nicht diesen bösen, okay, ähm, ja, das hat mal nicht geklappt. Wir regeln das irgendwie anders. Ups. Das wird es hier nicht geben. Einfach aus dem Grund, weil ich das oft zu schade für meine Zeit finde. Also, wenn ich allein schon die ganzen Abstürze, die es hier gab, alle neu machen müsste, dann hätte ich jetzt locker 4-5 Stunden aufgenommen, um einfach, ähm, ja, Fates hochzuladen. Deswegen lade ich auch die ganzen kaputten Parts hoch mittlerweile. Einfach aus dem Grund, weil das Spiel stürzt halt wirklich so häufig ab und dann ist es nun mal ein etwas dooferes Projekt. Aber ich möchte das Projekt trotzdem behalten. Es wäre schade um meine Zeit und, ähm, ich weiß nicht, man kann sich das ja trotzdem anschauen, wenn man ja trotzdem an dem Content ist, äh, Content interessiert ist, denn ich hier so erzähle oder sonst was. Oder, ähm, trotzdem an... Warum haben wir hier schon einen Spider-Splicer? Oh, oh. Der heilt sich gleich, der heilt sich gleich. Bitte schön. Uff. Ja, die Kleine müssen wir gleich auch noch aufheben, das dürfen wir nicht vergessen. Aber wie gesagt, ähm, seid mir nicht böse, seid diesem Spiel böse und kauft euch das auf keinen Fall. Einfach aus dem Grund, weil es halt wirklich, wirklich oft hängen bleibt. Und da kann man auch nicht wirklich großartig was ändern, leider. Ich habe schon nach Wegen geguckt, es gibt ein paar Patches und sonst was, aber auch da steht, dass die Patches das Spiel sogar noch mehr zum Längen bringen und sonst was. Es ist problematisch, Leute. Es ist wirklich problematisch. Oh, ein Mini-Geschütz, das ist sehr schön, dass wir das zusätzlich bekommen, das ist ganz nett. Ähm, Heckpfeil kaufen, Pfeilniete, die sind ganz nützlich, Bohrtreibstoff, um wieder randashen zu können öfters mal. So, dann komm mal hoch, Kleine. Genau, wir wollen noch mehr Adam holen. Und ich weiß natürlich schon eine Stelle, wo man sich noch mehr Adam holen kann. Da werden wir auch direkt mal hinlaufen. Und wir werden uns hier oben nochmal ein bisschen umschauen. Hier vorne gibt es nichts. Schade eigentlich. Ähm, ja, aber wie gesagt, falls das hier uns hängen bleiben sollte, dann müsst ihr euch daran gewöhnen, dass wir dieses Gebiet hier nochmal durchforsten. Nur kann ich das dann natürlich ein bisschen schneller machen, weil ich dann die ganzen Wege und sonst was kenne. Und genau, hier vorne war das kleine Gebietchen. Hier kann man ein paar Sachen looten. Hier gab es eine Fallenniete. Und hier vorne in dem Raum gab es nochmal zwei Sachen. Chloroform-Mixtur. Und die müssen wir, glaube ich, später, wenn ich mich richtig erinnere, tatsächlich sammeln. Genau, aber wir wollten erstmal, äh, schwindel, schwindel. Uns darum kümmern, hier vorne ein paar Pfeilen zu setzen, weil aus der Richtung bald ein paar kleine Gegnerchen kommen. Das heißt, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Und von hier unten werden ein paar kommen. Das heißt, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Fertig. Gut. Untersuchen. Wir können nochmal speichern als Vorsicht. Nur damit wir darauf, äh, gefasst sind. Ich habe wirklich Angst, dass da wieder was passiert. Vor allem, ich habe schon so viel erledigt gehabt, eigentlich. Aber natürlich haben wir dann auch ein paar kleine Vorteile. Wir wissen bereits, wo Gegner kommen, von wo Gegner kommen und wie wir die am besten ausschalten. Genau, von hier rechts kommt, glaube ich, auch ein oder zwei. Ups, die schießen ja von da hinten. Ist ja nicht schön. Mülleimer. So, die kleine wird hier eigentlich relativ gut looten können. Was eigentlich viel cooler wäre, wenn wir das hier ausrüsten. Und das hier. So, da können wir ein Foto von machen. Leiche erforscht. Ähm. Kommen die? Das scheint nicht so. Also ich höre die ganze Zeit, dass irgendwer stirbt. Ah, da kommt der erste hoch, oder? Nee. Der kommt nicht hoch. Genau, der werft so, der wirft so ein Ding. Da gab es auch einen, der das immer macht. Fallenmeister, wuh. Punkte bekommen. Und wir sind schon fast fertig. Gabi, du bist fertig. Gabi, du bist fertig. Ich soll mich nicht dauernd anstarten. Warum hat sie... Joa. Schade, ne? Du bist es. Schade, Marmelade. Wir sind jetzt wieder zusammen, Gabi? Ich kann aber leider in die Zukunft gucken. Ich bin nämlich dauerhaft hier schon diesen Zeitkreis am Durchlaufen. Genau. Wir werden die Kleine jetzt abgeben. Und wir haben unten direkt einen Gatherer's Garden. Und da kriegen wir jetzt auch noch einen kleinen Teddy als Belohnung dafür, dass wir wirklich so viel abgegeben haben. So, Niete, Niete, Niete. Du bist nicht allein, Vater. Die Mädchen, die du gerettet hast, halten zu dir. Im Gatherer's Garden ist etwas für dich. Genau, und der ist direkt hier vorne, wenn man irgendwo, glaube ich, runterspringt oder so. Ich höre schon irgendwas blinken. Blitzen, blinken. Genau, da vorne. Hallo, kleines. Na? Oh, die sieht jetzt so cute aus. Genau, wir kriegen die, das Tonikum, die Fähigkeit, stolze Eltern. Das lagern wir erstmal in der Gendatenbank, weil wir jetzt genau genug Zeug haben werden, um Eve Gesundheit-Upgrade zu holen. Gentonika-Slots ein paar. Ja, genau, das können wir nehmen. Electroboid 2 können wir uns kaufen. Genau, das kennen wir ja bereits. Ähm, Gentonika-Slots. Ups. Stolze Eltern können wir hier reintun, ausrüsten. Ein Plasmid-Slot, um nochmal eine Fähigkeit auszurüsten. Und noch ein Plasmid-Slot hatte ich gekauft gehabt, um nochmal für den Fall, dass wir was Neues bekommen. Und dann ganz viele Gentonika-Slots. Auch wenn ich eigentlich eine Fähigkeit nicht haben möchte hiervon. Wir behalten die trotzdem mal. So. Okay, perfekt. Perfekt. Genau, so hatte ich das letztes Mal auch. Und wir könnten hier jetzt ganz kurz abspeichern. Weil hier ist es zuletzt auch einmal gecrasht. Und damit werde ich vorsichtig sein, Leute. Tut mir wirklich leid. Aber lieber öfter speichern, als später Probleme haben. Genau, ihr seht schon, mein Bohrer ist eingefroren. Das heißt, ich habe auch diese Einfrierfähigkeit jetzt mittlerweile mit dem Bohrer. So. Ich war da eigentlich auf dem Boden. So, das stirbt doch eigentlich. Dankeschön, so wollte ich das haben. Wir haben ein Sicherheitskommando, eine weitere Fähigkeit. Und genau das meinte ich. Damit können wir Bots und Co. auf ein neues Ziel losschicken. Ups, der wirft hier so ein Ding mal rein. Einfach kurz vorsichtig. Dann ist es eigentlich relativ gut gegessen. Genau. Wir wollen aber eigentlich unsere Blitzfähigkeit als Hauptfähigkeit beibehalten. Weil das immer noch einer der stärksten ist. So, und hier vorne ist auch direkt so ein Ding. Wollen wir natürlich ein Foto von machen. Und dann auch automatisch hacken. Genau. So, hier vorne, falls ich mich richtig erinnere, wird es gleich einen großen, großen Kampf geben. Und bevor es diesen großen Kampf gibt, pumpe ich mich natürlich noch einmal ganz kurz mit ganz vielen, ähm, ja, Sunny Packs aus. Mit Verbandskästen. Die werden wir nämlich, glaube ich, wirklich gebrauchen hier. Falls ich das richtig in Erinnerung hatte. Wir hatten das ja im Stream mal gezockt gehabt. Oh, hier gibt es auch einen Weg. Und noch einen Big Daddy. Oh mein Gott, der hat sogar eine Little Sister. Wie cool ist das denn? Das ist perfekt. Das ist perfekt. Ähm, genau. Wir haben ebenfalls so kleine Milie-Beschütze. So. Da müssen wir erstmal gucken, wie wir auf die andere Seite irgendwie kommen. Den wollen wir ja killen. So, der nervt mich jetzt ein bisschen. Ist erstmal okay. Aua. So. Ich zeige euch mal ganz kurz eine coole Sache, die wir haben. Das ist eine Fähigkeit, die nennt sich Phosphor-Schrott. Äh, Schrot. Sorry. Die ist super stark, wie ihr sehen könnt. Sie zündet ihn komplett an. Wirkt aber eigentlich mehr auf, ähm, normalen Leuten. Was hier auf Big Daddy's besser wirkt, ist dieser Elektro-Schrott. Äh, Schrot. Sorry, ich sag die ganze Zeit Schrott. Aber es ist ja Schrot. Die Schrotflinte, nicht die Schrottflinte. Das wäre auch cool, wenn man das so aussprechen würde. Relativ komischer Name. So, wir verschwenden mal ganz kurz einen Elektro-Bolt. Um eine EVE-Spritze wieder aufzuheben. Und holen uns zwei Verbandskästen. So, wie wir da reinkommen, durch diese Tür. Wie wir in diese Tür reinkommen. Äh, gar nicht. Vielleicht hier reinplumpsen. Genau. Einmal hier reinplumpsen, dann in diese Tür. Heimwerker. Wenn deine Sicher... Was? Wenn deine Sicherheitsfreunde eine Kugel, die für dich bestimmt war, abfangen, kannst du sie mit etwas EVE wieder in Topform bringen. Aha. Jetzt kann man das tatsächlich reparieren. Ähm... So. Wir hören uns das ja auch mal an. Ja, Mr. Wenn du's wissen willst, ich finde Amir ziemlich hübsch. Für ein Hundefresser. Oh nein, Rückzug! Eleanor, komm sofort zurück. Oh Mann. Die Kleine. Oh. Hier vorne haben wir schon wieder eine Fähigkeit. Yay! Die wir nutzen können. Abfackeln. Antipersonen-Munition eignet sich immer gut. Nieten verschwenden wir gerade nicht viele. Hier ist ja noch mehr Stuff. Das ist ja richtiger Gefrierschrank hier vorne. Ähm... Zack. So, EVE-Spritze, Verbandskasten, da habe ich alles. Oh, da ist eine Leiche. Können wir aber nicht zerstören. Schade. Hätte mich eigentlich gefreut. Genau, wir öffnen die Tür einmal ganz kurz. Flups, flups. Perfekt. So, Registrierkaste nochmal mit ganz, ganz viel Geld. Und hier unten gibt es leider nichts. So, dann speichere ich einmal ganz kurz ab. Nur mal auf der sicheren Seite zu sein. Jetzt, wo ich dauerhaft abspeichere, spackt das Spiel natürlich auch nicht rum, aber das ist was Gutes, Leute. Das ist wirklich was Gutes. So, 40 Antipersonen-Munition. Ob das reichen wird für diesen Kampf? Ich kann mich nicht mehr ganz genau daran erinnern. So, aber wir sind eigentlich ein bisschen weiter weggegangen, um uns eigentlich Heal zu holen, obwohl hier direkt einer ist. Aber wisst ihr was? Eigentlich ist es vorteilhaft, dass wir weiter weggegangen sind. So. Jetzt haben wir wieder ganz viel Munition. Können uns hier vorne nochmal umschauen. Und nicht wundern, wenn ihr irgendwie ein kleines Klickern oder sonst was hört. Ich habe noch ein Bonbon im Mund. Ähm. Spiel damit gerade ein bisschen unnötigerweise rum. Oh, joi, joi. Was willst du denn da hinten machen? Und Heck, Heck, Heck. Yay! Geschafft. Wir haben keinen Schlüsselcode. Ich kenne ihn nicht. Wir müssen den aber eingeben. Gendatenbank brauchen wir nicht. Anscheinend hat der gute Pfarrer die Code-Schlösser gut gewartet. Früher kam er nur an Lem ran, wenn man vorher eine Audienz bei Wales bekam. Irgendwo müsste ein Hinweis auf die Zahlenkombination rumliegen. Sieh zu, ob du eine Spur findest. Eine Spur und ein Hinweis. Ah, da vorne. Ja, direkt daneben. Nice. Daniel, wir beide haben die Pläne für Rapture entworfen. Wales und Wales Architekten. Weißt du noch? Aber Andrew Ryan hat uns auf die schiefe Bahn gebracht, mein Bruder. Weg vom Allmächtigen hat er uns geführt. In Dr. Lamp liegt die Rettung, Daniel. Ich verlange ja nur einen Beweis, dass noch ein Fünkchen Glaube in dir lebt. Ich habe im Pink Pearl mit einer Firma ein Geschenk für dich hinterlegt. Finde den Code darauf, Bruder. Und wir werden gemeinsam für deine arme Seele beten. Genau, und das war auch schon unser Hinweis. Wir müssen einfach nur da hinten hin. So, und vielleicht finden wir nebenbei ja noch eine Leiche, die unsere Little Sister irgendwie ausnutzen kann. Das wäre ja auch nur vom Vorteil. So, äh, okay. Mit Melee-Attacken richtig großen Schaden an. Dann freuen wir uns doch direkt, wenn wir mal reinbohren dürfen. So, und wir haben den leider zerstört, weil, wie ich euch ja bereits mal erzählt hatte, die gehen leicht kaputt, wenn man sie einmal vereist hatte. Eine Harpune. Oha, das wird jetzt spaßig, Leute. Ich mag die Waffe tatsächlich. Die ist wirklich, wirklich nützlich. Vor allem das Zielen auf der ist richtig schön. Ich meine, schaut euch das mal an. Wir haben da vorne, zack, im Kopf drin. Ich habe nur Angst zu schießen, weil ich Angst habe zu verfehlen. Ich werde den verwirrenden Gedanken nicht los, dass ich dir mein Leben verdanke, Fremde. Ich schicke dir ein Notfallpaket mit der Rohrpost. So. Ähm, genau. Wir haben die meisten zum Glück gerade gekillt. Und die schickt mir irgendein Paket mit der Rohrpost. Wo ist denn die schöne Rohrpost? Wo ist denn die schöne Rohrpost, die du... Da. Zweimal Auto-Eck-Pfeile, 30 Antipersonen-Munition und 6 Phosphor-Schrot. So, da müssen wir natürlich erstmal wieder ein bisschen Auto-Eck-Pfeile verwenden. Weil davon haben wir leider ein paar zu viele. Äh... Ja, könnten wir eigentlich schon hier drauf verwenden. So. Ach, das droppt uns ja aber nichts. Das hackt das nur, aber das... Ha. Macht nicht den verbesserten Hack. Dann lohnen sich Auto-Hack-Pfeile eigentlich nicht mal großartig. Ähm. Ja, genau. Ich hab dich gesehen. Das Pearl gehörte zu den nobelsten Häusern in ganz Rapture. Aber im Krieg haben sich die Bewohner irgendwann selbst zum Verkauf angeboten. Daniels Büro ist in der obersten Etage, glaube ich. Da kommen wir gleich hin zum obersten Büro. Als allererstes würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein und bis demnächst. Ciao. Ciao. Bis dann.